Ich grüße euch ganz herzlich hier aus dem Ridgeview Kurt House. Ihr habt jetzt entschieden, dass die Profi-Jagd heute hier stattfinden soll. Und es gab auch Stimmen, dass ich mal keine Kruzifixe verwenden soll und aber auch mit der Startausrüstung hier hinkommen soll. Das konnte man jetzt schön kombinieren. Ich bin auch nur mit der Startausrüstung da, wie man sehen kann. Das heißt auch zeitgleich, dass wir keine Bewegungssensoren dabei haben für die Nebenaufgabe und auch keine Räucherstäbchen. Wir können also nur Zeuge eines Geistereignisses werden. Ja, dann nehmen wir mal die gute alte Trödelmark-Taschenlampe, ein EMF und ein Fotoapparat. So, gehen wir mal raus. Ich könnte jetzt mal echt gucken, wo der Sicherungskasten ist, bevor ich das wieder vergesse. Ja, im Keller, linke Seite, alles klärchen. Ich bin diesen Albtraum-Modus so gewöhnt, dass ich da eigentlich wirklich nicht mehr nach gucke. Und das ist halt auf Profi doch schon ein Vorteil, wenn man weiß, wo man hinlaufen muss. Verfluchter Spiegel, den hätten wir auch schon mal. Versteck, nein. So. Sehr schön. Geben wir ein Zeichen. Also hier unten ist da nicht scheinbar. Geben wir ein Zeichen. Geben wir ein Zeichen. Sicherung. Das hätte er in Gin nicht gemacht. Also der ist es schon mal nicht. Mal eben schnell die Sicherung reinjagen. Ich hoffe, das zählt noch. Ja. Nein, waren ticken zu spät. Macht aber nichts. So. Geben wir ein Zeichen. Kein Versteck hier. Bisher nur im Wohnzimmer. Und hier auch nicht. Also ist das hier recht uninteressant für uns. Es sei denn natürlich, der Geist ist hier. Geben wir ein Zeichen. Geben wir ein Zeichen. Geben wir ein Zeichen. Geben wir ein Zeichen. Vielleicht ist der Gute ja hier oben. Geben wir ein Zeichen. Bewege eine Tür. Kein Versteck. Bewege eine Tür. Klopfe. Mach Lärm. Mach Krach. Geben wir ein Zeichen. Geben wir ein Zeichen. Hier wäre ein Versteck. Sehr schön. Gucken, wo der Knochen ist. Ich hoffe, ich habe ihn nicht schon übersehen. Geben wir ein Zeichen. Kein Versteck hier. Sicherung wieder. Vielleicht ja doch im Keller. Vielleicht benutzen wir auch den Spiegel, wenn es zu lange dauert. Mit dem Lokalisieren. Geben wir ein Zeichen. Geben wir ein Zeichen. Guck mal hier nach. Bewege eine Tür. Hier ist der Knochen. Hier ist der Knochen. Geben wir ein Zeichen. Mach etwas. Hier ist auch ein Versteck. Sehr schön. Ich glaube, wir gucken mal kurz durch den Spiegel. Es sei denn, wir kriegen jetzt noch einen Hinweis. Es spinnt. Nicht hier. Vielleicht da hinten. Ja, hier ist er doch. Dem F3. Hier auch noch. So. Fotos sind weg. Und das dürfte der Geisterraum sein hier. Dann hole ich mal ein paar Sachen. Gucken wir mal, was unsere Sanity sagt. 65. 65. Okay. Buch. Da er was anfasst und sehr gerne, nehme ich mal eine UV mit. Lass die Taschenlampe mal hier. Und dann benutzen wir noch die Box. Ja. So machen wir das. Vielleicht aber die Box zum Ende hin. Da das auch ein bisschen Sanity zieht, wenn wir die benutzen. Dann lege ich die Box mal hier ab. Buch mal hier hin. Die lege ich mal hier neben. So. Dann hole ich den Rest noch eben und dann benutzen wir erst die Box. Mal schnell nach Erbsen gucken. Einen Dämon denke ich auch nicht. Der hätte schon längst angegriffen. So. Die zwei Sachen noch. Dann haben wir alles drin. Dann nehme ich auch die Taschenlampe mit. Gucken aber erst mal nach einem Ohr. Kein Oni. Ich gucke, dass ich das nicht abbekomme. Das zieht nämlich auch Sanity. Soweit ich weiß. Ein Oni hat nicht diesen Geist dabei. Und wieder rein. Ob, ja oder nein. Stand jetzt, sehe ich keinen. Kamera mal hier so hin. Plötzlich so, dass wir ihn schön sehen können. Ja. Im F3. Bist du hier? Bist du da? Was willst du? Er schreibt ins Buch. Und die Box. Buch und Box. Alles klar. Nochmal ein Event. Kurz rausgehen. Buch und Box. Box. Buch. Spirit. Poltergeist. Mare. Moroi. Deogen. Er klimpert ein bisschen. So. Wenn er jetzt durch den Dots geht, wäre es ein Deogen. Und Deogene verfolgen mich ohnehin schon. Könnte also durchaus hinhauen. Wir beobachten den Dots mal und gucken. Wenn es natürlich wieder zu lange dauert und es passiert nichts, dann schneide ich natürlich wie immer. Ihr wisst es ja. So ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Er hat sich leider nicht im Dots gezeigt. Weswegen wir den Dots auch eigentlich durchstreichen können. Damit wäre der Deogen raus. Und wir hätten die Freiheit uns zu verstecken. Und mal zu hören, was er so macht. Wie er sich bewegt. Vielleicht wirft er übermäßig viel rum. Dann wäre es der Poltergeist. Wir gucken nochmal kurz, ob wir einen Orb sehen. Der ist auch nicht zu sehen. So, Spirit Poltergeist Moroi. Hätten wir dann noch. Ja, EMF Level 5 Fingerabdrücke oder Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen können wir halt nur feststellen, wenn wir Kondensatem sehen. Aber sonst eigentlich nicht, da wir kein Thermometer dabei haben. Wir gehen jetzt rein, verstecken uns und hören mal. Vielleicht ja, wie gesagt, der Poltergeist, wenn er übermäßig viel rumwirft. Die Jagd dürfte sofort beginnen. Was geht los? So viel wieder rumgeworfen wird, ist es ein Poltergeist. Hört sich echt nach einem Poltergeist an. Das heißt, wir müssen noch Fingerabdrücke kriegen. Jagd ist vorbei. Ja, Fingerabdrücke. Haben wir es gesehen, auch an der Tür gerade. Ganz schnell raus. So. Poltergeist. Wir haben es ja schon gehört. Sehr viel rumgeworfen während der Jagd. Und damit wären wir durch. Geistereignis auch erlebt. Sehr schön. Also das, was möglich ist, haben wir erlebt. Alles klar. So. Poltergeist. Wir fahren nach Hause. Und gucken uns das mal an. Dürfte aber natürlich klar sein. Wegen den drei Beweisen halt. Ja. Kein Orb gesehen. Das heißt, der Mimic hätte uns nicht veräppeln können. Der wäre, glaube ich, mit dem Buch auch raus gewesen. Gut. Ihr Lieben. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn das der Fall gewesen ist, würde ich mich natürlich über einen Kommentar freuen oder über einen Daumen hoch. Das wäre sehr schön. Würde uns ein bisschen unterstützen. Das wäre klasse. Bis dahin. Bleibt mir gewogen. Ciao.